Daran. 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 Und daran. Schön. Well. Oh nee ey. Das kann passieren. Oh Gott. Das wird ein Dach. Echt. Alter. Alter. Was denn das denn. Das reißen mir die Hälfte wieder hier ab. Gott ey. Was ist denn jetzt los? Ich möchte doch einfach nur ein normales Dach bauen. Mann. Ich versuche mich auch zu beeilen. Aber wir müssen es sauber hinbekommen. So. Guck mal. Die Reihe haben wir auf jeden Fall schon mal gut hinbekommen. Oh Gott. Irgendwie tauchen die Blöcke so ein paar Sekunden später auf. Ne. Manchmal. Da. Hier. Seltsam. Aber wir sind gleich oben da. Angekommen. Dann fehlt noch die ganze andere Seite. Und dann haben wir das Dach auch fertig. So. Und so. Jetzt haben wir noch ein Stack. Na. Acht. Nummer acht war das. So. Ich versuche es natürlich auch nochmal mit Sneaken. Man weiß ja nie. So. Nein. Falsch. Und die letzte Reihe. Fangen wir hier oben mal an. Darauf kommt nämlich dann vielleicht Half Steps oder sowas. Achtung. In der letzten Reihe muss es natürlich noch passieren. Also in der letzten Reihe auf dieser Dachhälfte. Auf der anderen Dachhälfte wird es mir und wird es uns auch sehr oft gehen. Dass wir uns verbauen. So. Fürs Erste hätten wir die erste Reihe. Jetzt haben wir noch 20 Stück über. Und die ballern wir einfach mal hier rein. Ich wusste, dass es nicht reichen wird. Mensch. Wenn ich hiermit fertig bin. Ich kann natürlich auch Hilfslinien ziehen. Aber das wird noch mehr Holz verbrauchen. Und so weiter und so fort. Von daher lasse ich das lieber gleich. So. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Geht das? Nee, natürlich nicht. Was für eine Frage. Geht das? So. Holz, Holz, Holz. Hier ist noch ein Baum gewachsen. Nein. Hier. Somit. Genau. Gut, dass wir die Bäume davon eingepflanzt haben. Generell lasse ich ja Zapplings liegen. Aber diesmal habe ich hier ein paar Baum mit Hilfe eingesetzt. Das ist meine Grafikoption Einstellung. Oh. Ups. Was war das denn? Hat niemand gesehen. Was war das denn? Oh, die Achse ist kaputt. Habt ihr das gerade gesehen? Wenn nicht, Spur nochmal zurück. Habe ich nämlich einen Fehler gemacht. Wäää. Okay. Wie kommst du bitte hier in eine beleuchtete Hütte rein? Ach du Scheiße. Scheint ja noch mehr zu sollen. Weißt du was? Wir haben hier einen Stick. Na. Zu den Waffen habe ich den Erfolg jetzt bekommen. Möchte jemand mal... Wer möchte denn der erste Tester sein? Ich höre hier nichts. Oder ich sehe hier nichts. Ich höre hier nur was. Das ist ja egal. Für den nächsten Angriff bin ich... bewaffnet. Ich bin mal ein bisschen stärker. So. Ich fahre nochmal den Baum hier vor unserer Nase. Ich hab... Ach, sind die oben? Im ersten... Können natürlich auch sein. Super. Im ersten machen sie sich alle ja sehr gut. So. Ich muss ja jetzt eh da rauf. Ich hab mich da schwert. Einfach mal mit. Ja, ist ja gut. Wow. Das sollte reichen. Hey, ihr. Nein, dann nicht. Ich hab natürlich... Ich hab natürlich keine Axt mitgenommen. Alter, wo sind die denn? Wir müssen mal einen Keller bauen. Wir müssten uns mal einen Keller bauen, damit wir diese Geräusche loswerden. Und dann... Alter. Hier oben im ersten wird's natürlich jetzt auch dunkel. So. Na, Mensch. Ja. Ach Gott. So. 54 reichen die? Ich glaube ja. Aber wie wir alle wissen, ist Glauben, nicht Wissen. Stockdunkel hier alles. So ein Hausdach zu bauen ist schon scheiße. Muss ich ganz ehrlich mal gestehen. Ich glaube, unten im Erdgeschoss läuft jemand rum. Glaube ich. So. 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 Jeder Block zählt hier, ne? Ja. Alter, bitte. Ich glaub's nicht. Jetzt reicht das Dach auch noch nicht vollkommen aus. Das Holz. Super. Ich glaub' ich müsste mal... Ich glaub' ich müsste mal... Wir haben hier noch drei. Ich mach' mir hier unten irgendwie ein bisschen ein paar Sorgen. Deshalb... Machen wir das einfach mal hier zu. Dann haben wir noch Kohle. Können... soviel können wir auch rausnehmen. Ähm... Sticks. Brauch' ich eigentlich keine Werkpunkte für, aber egal. Sicher ist sicher. Kann man hier... Nein, hier kann man keine Fakten ansetzen. Egal. Hier eine. Hier eine. Hier eine. Hier eine. Und hier eine. Dann haben wir's hoffentlich soweit ein bisschen. Wenn wir vorhin noch welche spawnen. Hier noch einmal. Eine Außenwand. Nein, hier auf dem... auf dem hier. So, und... Vielleicht nochmal... hier. Und am Baum hier. Mal sehen, wie leicht wir den Tod kriegen. Das ging aber schnell. Monsterjagd. Jupp. So nennt man mich. Upsa. Eins, zwei, drei. Alter, der hat eine Eisenbahn getroppt. Wie selten. Okay. Ich möchte hier so ein bisschen ausleuchten. Damit wir hier kein Monsterproblem haben. So. Wir haben hier unten eine schöne Monsterfalle. Ähm. Ich möchte jetzt nochmal einen Baum fällen. Ach, wir haben ja hier noch vier. Wir haben ja hier jetzt vier. Sechzehn. Das muss reichen. Ach, das reichen hoffentlich. Damit wir dieses scheiß Dach auffällig machen können. Perfekt. So, hier ist ein Half-Step und dann haben wir alles. Na du, bist so neugierig, aber das Dach leuchtet zu seltsam. Das finde ich irgendwie nicht so... ganz schön. So. Das haben wir auf jeden Fall. Äh... Sand. Das haben wir hier. Ja, wir haben noch viel Kohle drin. Das Zuckerrohr können wir mal am Wasser anbauen. Das sieht dann auch bestimmt irgendwann schön aus. Und dann machen wir jetzt unser Glas hier. Und dann können wir eigentlich auch schon anfangen. Genau. Den Keller auszubauen. Weil dieses Geräusch... Alter, hier unter uns muss eine Höhle sein. sowas halte ich auch nicht mehr aus. So. Ich weiß nicht, wie viel wir machen sollen. Ich nehme mal so ein bisschen Stein mit. damit man drin stehen kann. Eins, zwei. Und dann... hier die drei. eins, zwei, drei. Wie komme ich da jetzt hoch? Shit. Ja, aber da unten kommen die dann... Okay, egal. Ich meine, das ist jetzt einfach mal so. Ich habe es doch gewusst. Dann machen wir es hier. Okay. Weil Diamanten... Ne, die müssen alle noch weg. So. Ich könnte eine Schaufel gebrauchen. Eine Schaufel, sogar ein paar mehr, wenn es geht. Ein paar Diamant kommen. Gönn dir. Diamantschaufeln. Einschaufeln. Schön. Ihr bräuchte natürlich auch noch eine Spitzhacke. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Oh ja, Spitzhackestein habe ich alles jetzt. So. Eins, zwei, drei Blöcke. Ich sehe schon, wir brauchen einen Diamantschwer. Da müssen wir nochmal hoch. Das muss sein. Weil sonst kriegen wir die alle nicht tot hier. So. Widerstand ist zwecklos. Widerstand ist zwecklos. Widerstand ist zwecklos. Gehört? Ja, ihr nehmt mit dem Kopf. Das heißt, nein. Widerstand ist zwecklos. Na willst du nicht? Was ist das doch? Hier wieder die halben Leben hier gekostet Also wir graben die einfach jetzt mal hier zu Ist zwar schade um die Diamanten aber Wenn wir das jetzt auch hier auf gleiche Höhe bringen Und Müssen wir gucken Das ist das Ende des Hauses Schön Haben wir hier auch mal was So